Das ist der neue Fischer Traverse Carbon Turnskischuh. Der Schuh ist so leicht mit nur 980 Gramm ist man extrem kraftsparend im Aufstieg unterwegs oder man ist einfach nur extrem schnell am Berggipfel. Ein weiterer Riesenvorteil von dem Schuh ist die enorme Beweglichkeit von der Kaff. Öffnet man die oberste Schnalle und den Skiwalk-Mechanismus, dann hat man eine Beweglichkeit der Kaff von bis zu 80 Grad und dadurch spart man ebenfalls extrem viel Kraft im Aufstieg. Neben der Leichtigkeit und der Beweglichkeit des Schuhs im Aufstieg ist es für die Abfahrt extrem wichtig, dass der Schuh steif ist und somit eine gute Kraftübertragung zum Ski bietet. Dazu ist der Sohlenbereich mit einer Carbon Aramideinlage verstärkt und bietet somit eine perfekte Kraftübertragung in der Abfahrt vom Schuh zum Ski. Ein sehr wichtiger Punkt bei jedem Schuh ist der Fit. Beim Traverse Carbon haben wir uns dazu etwas ganz Spezielles einfallen lassen, nämlich eine Kombination aus einer speziellen Schalenkonstruktion zusammen mit dem Boa Closure System. Durch die Ausschnitte an der Schalenoberseite kombiniert mit dem Boa Closure System und den Führungsrollen lässt sich der Schuh extrem gut und gleichmäßig schließen und sorgt dadurch für einen perfekten Fit. Es gäbe jetzt nur sehr viele weitere Features bei dem Schuh, wie den einstellbaren Vorlagewinkel oder den Water Protector, aber am besten ihr probiert den Schuh einfach aus und überzeugt sich selber davon.